Moin zusammen. Wieder die Sonne passt, wir gehen wieder schaufeln und bewegen uns jetzt einfach mal wieder nochmal an den Alt rein. Vielleicht werden wir da in einem Loch nochmal fündig, wo wir schon mal dran waren. Dementsprechend Auto ist gepackt und dann vielleicht noch kurz was essen, was zu trinken holen und los geht's. Die kleinsten Geschichten, die ich am Rhein bis jetzt gesehen habe, aber Schwellen. Und das ist definitiv eine Außenkurve hier. Das heißt, auch gar nicht so gehäuftes Material. Schwellen schön. Schade, schade. Aber wir können ja noch ein Stück weiter vorgucken. Das machen wir jetzt mal. Aber, schön ist am Rhein. Bade-Paradies. Definitiv cool, aber Außenkurve. So, eine Sandbank gefunden. Die erinnert sich ein bisschen an den Gardon in Frankreich. Und da fängt die Innenkurve tatsächlich an. Und da, da, wurde auch schon ein bisschen gegraben. Ich denke mal, dann läuft es so. Ja, schick. Aber es ist halt interessant, da drin zu graben. So, wir sind angekommen. Ein bisschen nach einer Expedition, mal eine andere Kiesbank angeguckt. Kein Material dabei, einfach nur mal ein bisschen erkundet. Aber, wie gesagt, heute war der Plan eigentlich wirklich noch mal ins alte Loch. Das kennen wir noch. Mit den Steinhaufen. Die kommen nachher später da wieder ins Loch zurück. Aber, links davon, geht es noch ein bisschen hoch. Und da werden wir jetzt einfach noch mal eine Runde graben. Hier war das. Nicht lang. Schnacke, Kopf in den Nacke. Und einfach los. Schaufeln los. Halle Natur. Auf die Plätze. Fertig. Los. Auf die Plätze. Auf die Plätze. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, ich werde jetzt bald zum Winter-Goldwäscher. Da muss man nicht so schwitzen, nicht so pumpen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Heute sind wir nämlich nicht ganz allein. Und die Bank wird auch langsam wieder grün. Also Wasser ist da. Einige sind noch grün. Das sind so meine Schattenspender heute. Aber jetzt gehen wir einfach mal den anderen Goldgräber drüben mal besuchen. Gucken, ob der auch schon was gefunden hat. Heute bin ich mal nicht ganz allein. Der Gerhard ist da. Das ist super. Wir teilen uns heute die Natur. Und der war, glaube ich, schon mal fündig. Hast du was drin? Ja, das war's für heute. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Weißt du's her? Hast du's da raus? Beim Ball gehintet ran, aber jetzt hatte ich den letzten Eimer voll, hatte ich fast nix. Das heißt, es ist gerade recht, dass er zusammengekracht ist. Brauche ich mir nicht überlegen, wo ich jetzt hingehe. Du gibst heute auf, oder was? Ja, vielleicht noch ein bisschen mit der Pfanne rumwandern. Okay. Mal schauen, wie's sonst wo ist. Ich habe vorne jetzt zwei Rinnen hintereinander und ich hole mir den lehmigen Boden unter den kaputten Bäumen gerade. Ja, da war ich das letzte Mal schon sehr erfolgreich. Dementsprechend, da kann man was tun. Da kann ich gleich mal nachschauen, wenn ich hier aufgeräumt habe. Man sieht noch nix drin. Ich habe einfach mal losgebuddelt, weil ich ja das letzte Mal habe ich da irgendwie nach ein paar Stunden richtig was drin gehabt. Und das zeige ich euch später. Und das zeige ich euch später. Weiter geht's. Und das zeige ich euch später. Und das zeige ich euch später. So, da ist der ganze Reichtum drin. Die hier drin ist, probieren wir jetzt mal aus. So, noch aufräumen. Mal die Ausbeute, was beide Löcher gebracht haben. Was ist das Gold davon? Da finde ich eigentlich eine richtig gute Ausbeute. Das erste Loch, okay, nicht so ergiebig. Das zweite, mit sehr viel weniger Sediment und Geschichten, war halt viel Schlepperei. Ist ein bisschen weiter am Rand auf jeden Fall, mehr in der Innenkurve. Hat aber auf jeden Fall mehr Gold. Da kriege ich auch gleich ganz glänzende Augen. Darum nennt sich das ja auch der goldige Christian. Und von dem war es das jetzt mal wieder. Ich wünsche euch reichlich gut in der Pfanne. Bleibt mir gesund. Und vor allen Dingen, frönt eurem Hobby. Geht in die Natur. Das ist die Target. Ciao. Das ist eine andere Information. Bis zum nächsten Mal.